Willkommen zurück beim nächsten Teil von Battlefield 1 der Kampagne. Die Black Bass steht hier vor mir. Die Zündkotzen habe ich in der Hosentasche und jetzt können wir sie reparieren. Schauen wir, dass wir sie wieder zum Laufen bringen. Aber zuerst muss es wieder laufen. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja das ist das Letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche Scheißkappdrecksmaschine. Ach komm schon. Komm Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst ein ordentliches Kampf. Bess. Komm schon. Hey, Edwards. Sie steht drauf wie du fluchst, Junge. Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. So, wunderbar. Jetzt können wir wieder mal ordentlich Gas geben da. Und es krachen lassen mit dem Panzer. Mit der Black Bass. Keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lassen wir dich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Natürlich schafft sie den Rest auch noch. Warte mal, aufpassen. Da kommt schon wieder her. Das ist für Bridget. Ich will mal einen kleinen Ruhn nicht auf die Kette geben, glaube ich. Weil der steht schon noch im ersten Schuss. Von Infanterie. Da kommt noch nicht hin. Jetzt ist er bewegt. Halt. Die Steuerung mit dem Geh, das habe ich nicht so ganz herlassen. Die sind mir ein bisschen zu... Auch zu schwammig. Weil zuerst geht es so langsam. Oder ich weiß nicht, dann ist es wieder so flott. Und nein, egal. Irgendwie kriegen wir schon da an die Gegner. Das mache ich gar nicht kaputt. Naja, ist ein Putzigdom. Schieß mir von meinem Haus weg, würde ich mal sagen. Oh. So, nächster Gegner. Na hier. Ich finde es so lustig, dass ich versuche mit Gewehren den Panzer zu erledigen. So ganz schlau verhalten sie sich nicht. Wie gesagt, wir sind hier schön bei den Tageslichten unterwegs. Das ist auch noch einer. Oh, steht. Steht, steht, steht. Oh, das ist noch einer. Gibt es das? Das ist schon ein bisschen wenig. Oh, das ist schon ein bisschen. Hier muss ich halt auch da noch. Und ich kann dir halt auch da noch. So, komm, räuchern wir's raus. Können wir da nicht ein bisschen die Wände wegschießen? Doch, da geht's eh. Oh, da ist er, da ist noch einer. Zag, weg. Sind da auch eine, oder? Jetzt lög ich die Bude, ist das Wurscht? Wenn du nicht rauskommst, dann komm ich rein. Oh, oh, oh. Wow, 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 wow. Was ist das jetzt? Oh, mein, ein Dicker, ist auch noch da. Ach, du Scheiße. Oh, genau, Stehen, Trind. Schrauben. Weil draußen schrauben, wie schneller wir drinnen. Ah, komm, ja, zack, jawohl, der ist weg, den Dicken haben wir noch, uh, daneben. Komm, schieß, 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 oh mein Gott, jetzt halte ich mich nur zuerst, ich halte mich nur zuerst, schau dir das an. Eieieiei, hm, dumm gelaufen, okay, Speicherpunkte, das ist schön, pass auf, also jetzt sind wir da, wo wir nur mit den Panzern haben, glaub ich, gell? Da fahren wir sich schon, heute hat man das Fahrzeug, da kommt ein Infanterieffahrzeug, beimste, siehst du das, und schon ist eine Ruhe in der Hütte. Ah, da oben, schau, ha, kleinen Hit kriegt er wohl. Wenn ich so schön auf die Distanz geht, ist es ideal, zack, und tschüss, und weg. Da muss aber auch kleiner sein, gell, insgesamt drei, der zwei kleine und der große. Abends habe ich auch schon gut erwischt, da kommen wir auch, kommen wir mit davor, und Feuer. Burn, baby, burn. Und tschüss. Eieieie, du was, komm. Wir könnten es tatsächlich schaffen. Jetzt aber. So, wo ist jetzt der dritte? Der dritte kleine Gnom. Und du wirst wahrscheinlich von ihm überraschen, hm? So, wie du dich da oben angezeigt hast, das haben wir doch gerade auch. Wo hast du denn da oben? Wo steht sie hinter dem Turm? Nö, nix mehr. Also, auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße, direkt dahinter. Und dann kommen wir. Das Zugdepot. Na ja, da sieht man schon runter. So ein schönes Foto machen. Was andenken. Und das ist eine Sightseeing-Tour. Oh. Zu kurz. Und Feuer. Wir haben die Initiative. Ach, zu weit. Gibt es aber nicht. Jetzt hat er noch. Das Geschütz erwischt. Jawohl. Oh nein, steht nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht, oder? Aber jetzt hat er kaum. Na, wie hält das aus, hm? Aber jetzt hat er... Na. Jetzt ist er da oben. Sehr gut. So weiß ich nicht. Ganz irgendwo drin läuft. Da weg. Da ist er. Ganzer Haufen. Ich schieße ihn dann weg. Mal da. Mit dem G. Mit dem G. Bei dem Gebäude. Na. Jawohl. Oh. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Schießt ihn auf mich. Halt. Ich weiß nicht was. Ah, kleiner. Ist ja eine Scheiße gefährlich. Oh. Oh. So. Reparieren. Alles steht raus. Schneller. Oh. Oh. Und geht los. Übster Tipp. Immer draußen reparieren. Also wenn es halt die Umgebung zulässt. Die Infanterie und Co. wird dann einfach wesentlich schneller. So. Jetzt rückt man vorher. Ab ins Dorf. Und da kann ich euch auch gleich sagen, dass da einiges los sein wird. Wie ich im vorigen Video erwähnt hatte, habe ich ja schon das ganze schon mal durchgespielt hier. Die ganze Mission. Allerdings hat die Aufnahme ein bisschen gesponnen. Oh Geschütz. Und deshalb das ganze nochmal. Weil irgendwie im Video die Story hier von Battlefield 1 schon Lückenlos haben. Weil ich die wirklich nicht schlecht finde. Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstört. Wo ist denn da irgendwo? Da ist doch irgendwo einer. Der Panzer soll die zerstören. Wo sind da welche? So, wir fahren mal da über diesen Weg in das Dorf. Links habe ich akustischen Kontakt. Oh, da seht ihr schon was in dem Fahrzeug. Was? Was? Leichter Panzer. Siehst du ihn? Lichte Geschütz aus. Oh, die hat zerzogen. Was? Wie redest du denn da? Was? Was? Wie redest du denn da? Na gerade? Hinten ist hier nur ein Fahrzeug. und weg ist er geschützt haben wir das schaut schon mal nicht so schlecht aus infanterie das regt mir nicht so auf die bohanseln der schlamm ist ein bisschen lästig weil die kiste nicht schneller fort mit aber daneben Ich hab's essen Ich hab's essen Kommen wir hin Fritz, und tschüss, jawohl Super, ohne Reparieren oder wie? Ganz heil, gut Wo ist denn da noch wer? Du fährst doch nicht was Oh, ein kleiner schon Zack Komm, zeig dich Schön auf den Turm, schön auf den Turm Feindliche Gruppe nähert sich Wir sollten möglichst schnell nach Combray fahren Direkt die Hauptstraße entlang Aber genau von dort werden sie kommen Edwards, finde eine Position, an der wir sie erwarten können Schau mal, welche Position finde ich passt Aber ich fahr mal da rauf Weil ich ein bisschen gegen die Gebäude als Schutz hab So, bin bereit Kommen wir schon Oder? Jo So, probieren wir den Fernschluss Achtung Feuer Oh, ich muss noch mit rufen Jawohl Nööööööööööööööööööö Kom Mist Oh nein, kann es sich übern hoffen, weg, Treffer auf dem Turm zieht sich aus, zack zwei Schuss und weg ist er, wo noch mal ein Dicker, naja, Kette, ich darf den anderen nicht aus dem Auge los, nur den kleinen, ja genau, das habe ich gemeint, aufpassen, dass ich nicht draufgehe, aber der kommt nicht von der Seite, oh bitte, der ist ja liegt, so ein Dicker, na wunderbar, das macht es ja, die gute Bess, oh, da kommt jetzt größeres Zeug, guter Schuss, halt jetzt ist es schön, na, na, biedne, Jawohl, Komm, ja, So, der ist weg, wunderbar, die großen, diese großen sind wirklich ganz schön brutal, da reichen zwei Treffer auf der blöden Stelle und du bist einfach weg vom Fenster, die ziehen dich ordentlich schnell, so was auf der, zack, So, haben wir jetzt noch einen über, da ist noch einer, Gewässer, Gewässer, So jetzt aber, komm Attacke, auf ihn mit Gebrüll. Wie ist er denn jetzt? Doch, bitte fällt mir hin und her, ist das auch nicht. Jetzt hat er reingekriegt. Guck mal auf den Turm drauf, zack, weg. Jetzt sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig, bleib konzentriert. Wir haben es geschafft, joo. Du hast es geschafft. Nächster Halb, komm. Oh nein. Oh nein. Bildet ihr nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst? Mir geht's gut. Aber so viel Spaß macht mich müde. Los jetzt. Können wir reparieren und dann fahren wir. Ab in die Prairie. Das sind nur 80%, nur ein Zyklus. Dann soll's passen normalerweise. Jawohl, und los. Ich singe nicht verdammt. Artillerie! Fahr! Fahr! Au 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 au-a-a oh oh Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020